Auf welchem Cold Wallet ich meine Omi-Token sicher verwahre, das zeige ich dir in diesem Video. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute geht es um das Tange Wallet, denn ich bekomme immer häufiger die Frage, auch momentan natürlich zum Bullrun, Hey Cap, wie sicherst du denn eigentlich deine Omi-Token auf einem Cold Wallet? Und da Ledger für mich in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr immer unattraktiver geworden ist, habe ich mich dazu entschieden, das Tange Wallet zu holen. Diese bieten unter anderem auch an, dort die Omi-Token zu verwahren und auch viele weitere Token, was auf jeden Fall hier nicht nur für den Omi-Token interessant ist. Warum ich mich für das Tange Wallet entschieden habe, sind tatsächlich einige Punkte. Erstmal, der Hauptsitz ist in der Schweiz, das heißt ja eigentlich auch mehr oder weniger um die Ecke. Das zweite ist außerdem, dass wir hier hohe Sicherheitsstandards haben, sowie aber auch das ganze Verwalten der Token und auch der Kryptos sehr, sehr einfach ist und auch sehr, sehr sicher ist. Wir haben außerdem hier nur eine Karte, worüber das Ganze läuft, das heißt auch kein Ledger im Prinzip, es ist im Prinzip eine Kreditkartengröße. Von daher finde ich persönlich auf jeden Fall extrem praktisch, weil man diese immer mit sich führen kann, mit der Sicherheit, dass selbst wenn man diese verlieren sollte, auf jeden Fall immer noch eine zweite Karte hat, worüber man das Ganze backuppen kann. Außerdem kann niemand auf diese Karte zugreifen, beziehungsweise auf deine Kryptos, ohne zum Beispiel auch dein Handy zu haben und dazu unter anderem dann natürlich auch noch den entsprechenden Pin. Das sind für mich auf jeden Fall auch Sicherheitsmaßnahmen, wo ich sage, deswegen ist das Ganze für mich so interessant. Schauen wir uns aber noch ein paar Details zum Unternehmen selbst an. Tange Wallet wurde in 2017 gegründet und mit dem Hauptsitz in Zug in der Schweiz. Das Tange Wallet zielt im Prinzip darauf ab, eine einfache Verwahrung deiner Kryptos zu haben und das natürlich auch weltweit. Wir sind mittlerweile über 8 Milliarden Menschen und da ist natürlich auch die Kryptoadaption immer weiter am Fortschreiten und dementsprechend muss man sich natürlich auch Gedanken darüber machen, wie man seine Token ordentlich sichert. Technologiepartner sind zum Beispiel Samsung wie auch Visa, was auf jeden Fall zeigt, dass hier auf jeden Fall auch größere Unternehmen mit dabei sind. Außerdem haben wir natürlich auch noch Produktpartner, da sind auch ziemlich viele mit dabei, da ist zum Beispiel Cardano mit dabei. Wir haben hier natürlich aber auch noch viele, viele weitere mit dabei. Das Ganze für mich persönlich teilweise etwas unnüchsichtig, darauf zähle ich jetzt persönlich auch nicht so wirklich, aber auf jeden Fall trotzdem interessant, wie viele Partner sie insgesamt haben. Für mich ein weiterer Punkt, der für mich entscheidend war, nämlich, dass die Führung hier auf jeden Fall auch sichtbar ist. Hier kann man zum Beispiel LinkedIn-Profile rauschecken und beziehungsweise man hat immer auch einen Namen zu den jeweiligen Führungspersonen, was auf jeden Fall auch eine gewisse Transparenz zeigt. Nun ist natürlich die Frage, okay, schön und gut, das Tango Wallet ist sicher, aber wie viel kostet das jetzt im Endeffekt? Das Ganze kostet entweder mit drei Karten, das heißt, ihr habt im Prinzip zwei Backup-Karten und eine sozusagen Main-Karte, worüber ihr dann alles laufen lassen könnt. Solltet euch eine verloren gehen, habt ihr im Prinzip immer noch zwei Karten übrig. Für drei Karten bezahlt ihr insgesamt 69 Euro. Hier steht 63 Euro, weil ich nämlich auch einen Aktionscode beziehungsweise einen Promocode habe. Wenn ihr hier 10% sparen wollt, könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne den Code und Captain Vivi verwenden, alles groß geschrieben und dann bekommt ihr noch 10% auf eure Bestellung da drauf. Ansonsten zwei Karten kosten hier 49 Euro und ist dementsprechend etwas günstiger zu dem Dreierpack. Für mich persönlich trotzdem absolut noch im Rahmen, wenn man bedenkt, wie viel der Ledger eigentlich kostet und ja, im Prinzip hat man da jetzt auch nicht so viel mehr Vorteile und ich finde es deutlich entspannter, ehrlich gesagt, hier so eine Karte nur zu haben, weil es deutlich einfacher ist, auch das Ganze jederzeit mit sich zu tragen. Und das gesamte Prozedere auch mit dem Tangen Wallet, Tokens dorthin zu schicken oder auch wieder weg zu schicken, ist meiner Meinung nach äußerst einfach. Wenn ihr euch dazu noch mal ein extra Tutorial wünscht von mir, wie man das Ganze macht, dann schreibt es mir auf jeden Fall unbedingt unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall über euer Feedback freuen und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht sogar schon einen Tangen Wallet habt oder welches Code Wallet ihr benutzt, um eure Omi-Token zu sichern. Und das war es jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like da hier unter diesem Video, wenn euch das ganze Video weitergeholfen hat. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dahin, der Käpt'n. Ciao, ciao.